So ein Thema wie Freiheit lässt sich natürlich in zehn Minuten nicht wirklich erschöpfend behandeln. Schon deshalb nicht, weil Philosophen sich seit vielen hundert Jahren darüber streiten. Bis auf den heutigen Tag übrigens. Heute beteiligen sich außerdem ja auch Hirnforscher an der Debatte. Und deshalb kann man das Thema vermutlich auch in zehn Stunden nicht erschöpfend behandeln. Und da denke ich mir, vielleicht kann man mit zehn Minuten ja mal anfangen. Im Übrigen, wann überhaupt ist eine Sache jemals erschöpfend behandelt? Alles ist doch ständig in Bewegung. Alles fließt, wie Heraklitz sagt. Es gewinnt immer neue Gestalt, es enthüllt immer neue Facetten. Es entwickelt sich immer weiter. Und nicht zuletzt man selber, der versucht die Wirklichkeit zu begreifen, was ja gar nicht geht. In begreifen steckt ja greifen. Aber wo soll man da hingreifen bei so einer Wirklichkeit? Ich glaube deshalb, wir sollten uns ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass Zugreifen ein angemessener Umgang mit der Wirklichkeit wäre. Ja, diese Vorstellung steckt sehr tief in unseren Knochen. Spätestens seit der Aufklärung. Aber sie ist auch voller Probleme. Denn sie kann uns sehr leicht das Gefühl vermitteln, wir wären hier die Macher, die Checker. Wir wären die Alleskönner. Und wir dürfen dann natürlich auch entsprechend mit der Welt verfahren. Was wir tun mit entsprechenden Folgen. Siehe Welt. Ich denke, es ist richtiger, Dinge, Themen zu umkreisen, sie zu umspielen, statt sie festlegen und definieren zu wollen. Aber das nur nebenbei. Freiheit also. Schauen wir uns vielleicht mal Schiller an und seine berühmte Formulierung. Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und wird er in Ketten geboren. Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und wird er in Ketten geboren. Freiheit ist also etwas, das den Menschen grundsätzlich eignet. In jedem Fall allein dadurch, dass er Mensch ist. Er ist damit geboren. Freiheit ist ein Existenzial. Sie macht den Menschen aus. Und der Mensch ist frei. Freiheit ist unabhängig von seiner äußeren Situation, unabhängig von materiellen Gegebenheiten. Etwa von seinem Körper oder seinem Geschlecht, Alter, seiner Rasse, von seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen und so weiter. Freiheit ist immateriell, aber wesenhaft und wesentlich. Sie ist eine Grundfähigkeit oder Grundeigenschaft des Menschen. Und worin besteht die nun? Darin, dass ich tun kann, wozu immer ich Lust habe? Das wäre eine mögliche Charakterisierung von Freiheit. Aber da ist natürlich ziemlich schnell klar, da braucht man ja nur eine Umdrehung weiterzudenken gleichsam, dass so eine Freiheit recht schnell der Freiheit der Mit- oder Nebenmenschen in die Quere kommt. Deren Freiheit geht da nämlich flöten. Oder wahlweise meine eigene. Und damit wäre es das auch schon wieder mit der Freiheit gewesen. Oder, wenn man eine Umdrehung in die andere Richtung weiterdenkt, das zu tun, wozu immer ich Lust habe, das ist mir ja selber oft gar nicht möglich, weil mir zum Beispiel finanzielle oder handwerkliche oder intellektuelle oder sonst irgendwelche Voraussetzungen dazu fehlen. Das heißt also, im einen wie im anderen Fall, eine so verstandene Freiheit wäre immer bedingt, immer determiniert, von äußerem, von materiellen Faktoren abhängig, die mir dann erlauben, mehr oder weniger frei zu sein oder auch gar nicht frei zu sein. Jetzt ist Freiheit doch aber etwas Immaterielles. Wie kann sie also durch etwas Materielles bedingt oder eingeschränkt werden? Ja, gar nicht eben, sagt Schiller. Aber was heißt das? Das heißt, dass ich in dem, was ich tun kann, in meinen Handlungsmöglichkeiten, zwar nur bedingt frei bin, abhängig von allerlei Faktoren, dass ich aber in dem, was ich mir vorstelle zu tun, unbedingt frei bin. In meinem Denken also. So singt es ja auch der Volksmund. Die Gedanken sind frei. Und das leuchtet irgendwie unmittelbar ein, oder? Ich bin vielleicht nicht frei, mir ein Haus zu bauen, aber ich bin frei, mir vorzustellen, eins zu bauen. Und wäre ich in Ketten geboren? Soweit gut. Aber jetzt kommen natürlich die Hirnforscher daher, als Spielverderber gleichsam und sagen, ja, aber Moment mal, deine Gedanken haben ja auch eine materielle Grundlage, dein Gehirn nämlich. Dein Gehirn bedingt also deine Gedanken. Und damit auch deine Freiheit. Das, was du deinen freien Willen nennst, das ist deshalb nur eine Illusion, die dir von deinen in Wirklichkeit eben unfreien Gedanken vorgegaukelt wird. Das klingt leider ziemlich scharfsinnig. Aber vielleicht zu scharfsinnig. Es gibt ja manche Theorien, die sind so scharfsinnig, dass sie an der Wirklichkeit haarscharf vorbeischrammen. Scharfsinn ist ja oft nichts anderes, als eine auf die Spitze getriebene Anwendung des Verfahrens, das ich vorhin beschrieben habe. Des Zugreifens nämlich. Geleitet von der Vorstellung, man könnte die Dinge festhalten und schön mundgerecht filetieren. Das mit dem Denken ist eine knifflige Angelegenheit. Das stimmt schon. Sie hätte ein eigenes Video verdient. Aber hier mal so viel. Wer wirklich in die Tiefe seines eigenen Denkens hinuntersteigt und versucht, zu dessen Quelle vorzudringen, der wird dort etwas vollkommen Unteoretisches vorfinden. Nämlich eine lebendige Quelle, aus der das Denken heraus fließt und lebt. Und indem ich aus dieser Quelle heraus klar denke, erkenne ich, dass selbst der scharfsinnigste Einwand gegen das Denken immer noch ein gedachter Einwand ist. Ein Einwand, der sich gleichfalls aus der Quelle des Denkens speist. Und mein Denken, wenn ich es ernsthaft betreibe, ist in der Lage, das genau zu erkennen. Wie gesagt, es ist ein bisschen knifflig. Aber so knifflig ist es eigentlich auch nicht. Nein, eigentlich ist es vollkommen einfach. Das Denken ist jederzeit in der Lage, sich selber zu erkennen. Sich selber als Denken zu benennen. Natürlich muss ich es konsequent anwenden und darf nicht irgendwo eine Denkbremse reinhauen. So nach Art des Einwandes, deine Freiheit ist nur eine Illusion, die dein Hirn dir vorgaukelt. Das ist eine Denkbremse. Wenn ich nämlich an der Stelle nicht bremse und nur eine Umdrehung weiterdenke, dann wird mir sofort klar, dass diese Aussage selber auch ein Gedanke ist, der sich zwar auf allerlei beruft, auf Hirnstrommessungen und Psychotests usw., aber trotzdem, am Ende ist es ein Gedanke, der sich selber ein wenig ad absurdum führt, dadurch, dass er Gedanken als illusionär bezeichnet. Was eigentlich ziemlich witzig ist. Ich wage mal zu behaupten, wenn man weiterdenkt, über alle Denkbremsen hinaus weiterdenkt, dann kommt man immer an den Punkt, wo das Denken das letzte Wort hat. Das Denken, das in der Lage ist, über sich selber nachzudenken. Und das ist wirklich eine ziemlich spektakuläre Angelegenheit. Wenn man mal drüber nachdenkt. Ich kann mein eigenes Denken denken. Die Inhalte meines Denkens, die können natürlich fehlerhaft sein. Geschenkt. Aber dass ich über meine fehlerhaften Gedanken nachdenken kann, das bleibt immer gültig. Stellt euch das mal vor. Ich kann mein eigenes Denken denken. Und es gibt schlechterdings nichts, was mich daran hindern kann. Gar nichts. Und genau dieses Ich, das da denkt, an der Quelle des Denkens denkt, dieses Ich, das ist der Punkt der Freiheit. Der archimedische Punkt, der mich selber in völlige Freiheit hebelt. Und wäre ich in Ketten geboren. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.